Mein Bauchgefühl hat mich nicht getrügt, alle haben sich wunderbar entwickelt, sind in Larva 1, teilweise sieht es sogar aus, dass sich die ersten sogar schon in die erste Haut häuten wollen, in Nymphen 1 und super gefüllt, der Albopilosum kokon gewesen und alle Tiere machen wirklich einen mobilen, fitten Eindruck